Der Star Trek Podcast mit Simon und Sebastian. Jede Woche eine neue Episode von 1966 bis ins 24. Jahrhundert. Ihr hört Trek am Dienstag. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trek am Dienstag. Unserem und eurem Star Trek Podcast, eurem wöchentlichen Star Trek Podcast. Ich begrüße am anderen Ende der Leitung den Sebastian. Sebastian, bitte kommen. Hallo und ich begrüße auf dem einen Ende der Leitung den Simon. Hallo mein Lieber, wie geht es dir? Mir geht es, ganz ehrlich? Ja bitte. Natürlich ehrlich, wir sind ja ein ehrlicher Podcast. Ich bin ein bisschen angeschlagen tatsächlich. Gestern hat ein Arbeitskollege, ein langjähriger Arbeitskollege von mir, der hat seinen Abschied gefeiert. Der zieht in andere Gefilde und der hat dann noch auf so ein Gläschen Abschlusstrunk eingeladen in die Stammkneipe. Und da sind wir dann hingegangen und bei diesem einen Trunk blieb es dann nicht. Es war ein sehr lustiger, ein sehr launiger Abend, der am frühen Morgen endete. Und ja, dementsprechend bin ich ein bisschen durch den Wind heute. Ich finde aber, das macht überhaupt nichts, wenn man sich ja die Folge anschaut, über die wir heute sprechen. Ich möchte dir noch nicht so viel vorwegnehmen, wir kommen da gleich drauf. Aber ja, es geht mir eigentlich gut. Es geht mir gut. Ich habe heute das Feiertag hier in Franken. Guck mal, ich habe gelernt, nicht Bayern zu sagen. In Franken ist Feiertag. In Franken. Und bei dir, Sebastian, in NRW ist ja auch Feiertag. Nicht in allen Bundesländern. Die armen Berliner beispielsweise, die armen Berliner müssen arbeiten gehen. Und deswegen ist eigentlich heute ein ganz guter Tag. Leider habe ich keinen Brückentag. Morgen ist ja Freitag. Wir nehmen das heute an einem Donnerstag auf. Morgen ist Freitag. Und da haben viele, viele frei. Ich aber nicht. Ich muss in die Arbeit. Das finde ich auch nicht so gut. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen geht es mir super. Und wie geht es denn dir, lieber Sebastian? Ich habe auch wenig geschlafen die letzten Tage. Aber hauptsächlich, weil ich irgendwie schlecht in den Schlaf kam. Und ich habe auch eine schöne Anekdote, die ich jetzt einfach mal mit dir und mit euch Hörern teilen möchte. Denn wir mögen ja nicht nur Star Trek, wir mögen auch Star Wars. Und da war ja jetzt so ein neuer Film im Kino. Neulich, der nannte sich Solo. Und wir haben uns vorgenommen, das ist der Felix, ein guter Kumpel von mir und ich, dass wir uns den Film angucken. Und dass wir uns den im Original angucken. Und zu diesem Zweck sind wir am Dienstag nach Wuppertal gefahren. Und wenn ihr ein bisschen die Nachrichten verfolgt habt in den letzten Wochen, und jetzt ist ja schon wieder eine Woche für euch vergangen, wenn ihr das hört. Ah, oh nein. Dann wisst ihr, dass in Wuppertal auf einmal Sachen los waren, diesen Dienstag. Nämlich, dass dort, glaube ich, mehr Regen gefallen ist, als sonst in einem Jahr zusammengenommen. Und das von den Bergen alles geröllt in die Stadt und es schwamm alles und Meter hoch Wasser. Und wir sind da ahnungslos reingefahren, ohne vorher irgendwelche Nachrichten gehört oder Twitter gelesen zu haben oder was nicht alles und fahren da einfach rein. Und haben uns gedacht, was ist denn hier los? Warum fahren die Leute alle nicht? Warum ist hier so schlecht reinkommen? Und dann sahen wir irgendwann mal, da war so die Fahrbahndecke, der Asphalt, war von unten heraus so nach oben explodiert. So als wäre da so ein Evil Super-Villain irgendwie aus der Erde rausgeknallt. Und dann fuhren wir noch ein Stück weiter und ich dachte, das ist aber, was ich da sehe am Rand, am Fahrbahnrand, ist ein sehr, sehr avantgardistisches Gebäude. Bis ich dann feststellte, das war gar nicht so avantgardistisch, das war einfach eine in sich zusammengefallene Tankstelle, wo das Dach runtergefallen war. Auf Autos drauf. Und sowas habe ich noch nicht gesehen. Also es waren apokalyptische Zustände in Wuppertal. Wir waren zum Glück da, als die Leute schon am Abpumpen in ihrer Keller waren. Der Film war ganz okay. Und ja, aber haben wir das auch mal gesehen? Klingt so ein bisschen, als wäre das Ganze drumherum aufregender gewesen als der Film. Ich habe ihn noch nicht gesehen, den Solo. Ich habe ein bisschen drüber gelesen. und von den meisten höre ich, ja genau das, was du gesagt hast, kann man sich gut ansehen. Ist ein guter Film. Ja. Der irgendwie alle zufrieden stellt, scheinbar, die sich das angucken. Da ist jetzt keiner dabei, der total drüber meckert. Aber der auch nicht so polarisiert wie zum Beispiel der letzte Star Wars Film. Also der letzte der Star Wars Trilogie der Neuen. So ist es. Also der Film geht sehr auf Nummer sicher, muss ich sagen. Also in meiner Meinung nach geht er sehr auf Nummer sicher, hat aber eine gute, angenehme Story, fantastisches Kreaturendesign, einen sehr schönen Soundtrack. Das konnte man bei den letzten Star Wars Filmen auch nicht immer unbedingt sagen. Die fand ich, die waren nicht besonders bemerkenswert einfach. Und er hat schauspielerisch einfach viel zu bieten, weil so ein Donald Glover und ein Woody Harrelson, die stehlen, wie ich finde, jede Szene, in der sie sind. Und allein dafür lohnt es sich schon, das anzugucken. Ja. Okay. Klingt gut. Vielleicht schaue ich ihn mir auch noch an im Kino. Mal schauen. Aber es wird noch ein bisschen dauern. Wenn der Ansturm vorbei ist. Wobei ich habe ja gehört, der Ansturm ist ja gar nicht so groß. Ich habe ja gehört, das ist ja irgendwie voll so ein Flop für Star Wars Verhältnisse. Ja. Hast du das auch gelesen? Das Kino war auch scheiße leer einfach nur. Ich weiß nicht, ob das jetzt daran lag, dass die Welt untergegangen war, aber das Kino war leer. Nee, nee. Ich habe gelesen, der Film hat irgendwie nur ein paar hundert Millionen eingespielt. Und das ist, wenn du Star Wars Filme siehst, nimmst als Maßstab, ist das halt schon ein Flop. Das ist auch krass, ne? Ja. Aber ich glaube, die Leute haben einfach zu viel. Nicht unbedingt zu viel Star Wars, aber zu viele Blockbuster. Ich glaube, das ist dieser Film, gerade weil der so auf Nummer sicher geht, wo alle die, die die letzten Jedi gesehen haben oder auch Avengers Infinity War sagen, ach wisst ihr was? Diese Woche muss ich mal nie ins Kino gehen. Da kann ich auch warten, bis der mal irgendwo so zu sehen ist. Und ich glaube, das denken bei diesem Film zu viele Leute gleichzeitig. Das ist meine Vermutung. Der Abstand ist ein bisschen gering, ne? Zum letzten Star Wars Film. Also ich hätte auch, ich hätte den, glaube ich, Weihnachten erst gebracht. Aber gut, keine Ahnung. Hier geht es ja auch nicht um Star Wars. Zumindest geht es nicht immer um, also geht es selten mal um Star Wars. Wir haben auch schon ab und zu mal Star Wars Vergleiche natürlich dabei. Nein, hier geht es um Star Trek. Und die Folge, die wir uns heute vorknöpfen, Sebastian, wollen wir starten? Ach Simon, ich würde so gern noch, weil die Folge Dinge mit mir gemacht hat, würde ich gerne noch ein bisschen Zeit schinden. Was hältst du davon, wenn ich noch ein bisschen Hörer-Feedback raushaue? Okay, okay. Machen wir. Ich habe auch ein bisschen Angst, da anzufangen. Aber ich bin so, ich will es eigentlich hinter mich bringen. Ja, ist gut. Aber komm, nee, mach mal. Mach mal Feedback. Komm her. Pass auf. Unser Hörer Felix, der hat genossen, wie wir letzte Woche unsere politische Entgleisung, leichte politische Entgleisung, zurechtgerückt haben, was den Minirock der Romulanischen Kommanderin in der Folge The Enterprise Incident anging. Und der hat gesagt, sowas möchte ich von euch diese Woche wieder hören. Denn in der letzten Woche habt ihr schon wieder was politisch Inkorrektes gesagt. Ihr habt die Behauptung aufgestellt, dass die in Anführungszeichen Ureinwohner, die also in Anführungszeichen Indianer, das sind die edlen Wilden und gesteinigt wird nur im Nahen Osten. Also ich persönlich muss für mich sagen, ich glaube nicht, dass wir das so gesagt haben. Aber wie siehst du das? Also ich habe tatsächlich den Begriff Wilde, habe ich erwähnt. Da kann ich mich gut dran erinnern. Ich weiß nicht, ob ich edle Wilde gesagt habe, aber es kann schon sein. Warum habe ich das gesagt? Wir haben beide diese Begriffe schon gesagt. Aber wir haben es... Genau. Warum habe ich das gesagt? Naja, weil die Folge sie so darstellt wie dieses Klischee eines edlen Wilden. Ich bezeichne amerikanische Ureinwohner nicht als edle Wilde. Ich denke auch nicht, wenn ich an amerikanische Ureinwohner denke, an edle Wilde. Ich tue mich sogar schwer, das Wort Indianer zu verwenden, weil das ja auch totaler Quatsch ist. Das sind ja gar keine Indianer. Die wohnen ja nicht in Indien. Eben. Also das ist ja Blödsinn. Das ist ja... Keine Ahnung, nur weil der Kolumbus da dachte, wer in Indien, muss man jetzt nicht ein ganzes Volk Indianer nennen, fälschlicherweise. So ist es. Und auch jetzt noch. Aber ja, deswegen habe ich dann wahrscheinlich mit ein wenig Zynismus, auch so als Hintergedanke oder Sarkasmus viel eher in dem Fall, habe ich die einmal edle Wilde genannt, um dem Spirit der Folge treu zu bleiben. Müssen wir jetzt gecancelt werden, Sebastian? Wir müssen jetzt... Wir sind quasi wie Roseanne, ja? Ja. Haben wir sowas rausgehauen. Wir müssen jetzt eigentlich gecancelt werden. Ja. Schade. Aber ich mag auch noch mal eine Sache ins rechte Licht drücken einfach. Wir haben letzte Woche ja eine Folge gesehen, die hat diese Karl-Mai-Genossen, nenne ich sie jetzt mal, sehr, sehr klischeebeladen dargestellt. Und so habe ich in meinen Aussagen zu der letzten Folge die, tja, die Darstellung dieser Folge an den Klischees der damaligen Zeit auch gemessen. Und so meinte ich dann, dass in Filmen der damaligen Zeit, Cecil B. DeMille, wenn dann mal irgendwas in Ägypten dargestellt wurde, dass dann schon mal Steine flogen, wenn jemand was ausgefressen hatte. Damit will ich nicht sagen, dass das dort Gang und Gäbe ist und nur dort Gang und Gäbe ist. Ich habe einfach die Klischees, die in dieser Folge bedient wurden, versucht zu messen an den Klischees der Abenteuerfilme der damaligen Zeit, der 60er Jahre. Und da fand ich war die Darstellung etwas unpassend, weil es nicht so die gängigen damaligen Klischees bediente, sondern lustig in einen Mixer geworfen und durcheinander gequält hat. Und ja, gut, wenn dadurch der Eindruck entstanden sein sollte, ich hätte, ich würde irgendwie den Menschen im Nahen Osten eine gewisse Nähe zur Steinigung unterstellen, dann sollte das so nicht rüberkommen. Also gesamtheitlich wäre das auch ein bisschen hart, wobei es Steinigungen leider noch gibt. Das muss man halt auch sagen, das kommt natürlich nicht jeden Tag vor. Aber in Afghanistan, im Iran, in Nigeria, in Somalia ist so etwas durchaus noch vorhanden. Und deswegen völlig falsch lagst du ja nicht dabei. Naja, aber auch sehr dumme Menschen in den Vereinigten Staaten pflegen dazu, ihre Mitmenschen zu steinigen. Die kommen dann dafür in den Knast. Aber auch das passiert da noch, beispielsweise. Auch das passiert, ja. Ja, so ist das, ne? Also haben wir mal wieder irgendwie da was rausgelassen, was uns auf die Füße gefallen ist, Sebastian. Ja. Und ich möchte eigentlich mal so etwas Grundsätzliches zu dem Thema sagen. Dieser Podcast erhebt nicht den Anspruch, immer politisch korrekt zu sein. Zumindest aus meiner Sicht. Das ist auch ein bisschen langweilig, wenn man immer total politisch korrekt ist. Ich möchte aber eigentlich behaupten, dass wir das Herz auf dem rechten Fleck haben. Ja. Ich hoffe es zumindest. Ich möchte zumindest sogar bei mir behaupten, dass ich das Herz auch eher auf dem linken Fleck habe, als auf dem rechten. Verdammt, jetzt habe ich mich schon wieder, jetzt habe ich schon wieder was gesagt, was mir falsch ausgelegt werden könnte, ne? Ja, 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 ja. Ne, aber natürlich, wir sprechen ja über Sachen, die Produkte ihrer Zeit sind, gerade die Original Series. Und ehrlich gesagt freue ich mich darüber, wenn in solchen alten Sachen Dinge mal klischeehaft dargestellt werden. Ich weiß es ja mittlerweile besser, aber irgendwie kann ich mich darüber auch sogar etwas amüsieren, ohne dass ich sowas gleich verteufeln muss, was ich da gerade sehe. So nach dem Motto, das kann man sich ja heute nicht mehr angucken, was sie da gesagt haben oder so. Ne, mich amüsiert das nicht, weil ich sage, ach, das ist aber toll, dass sie sich so verhalten haben oder dass sie solche Klischees verbreitet haben, sondern einfach, weil meine Fresse waren die damals mitunter naiv. Und da kann ich auch, das kann ich dann auch belächeln. Ja. Wie geht es dir? Es gibt in irgendeinem Bud Spencer Film, einen Terence Hill Film, ich habe vergessen, welcher er ist, gibt es so eine Szene, da trifft Bud Spencer, Terence Hill, ja, auf irgendeinen Charakter, der in Terence Hill spricht und der ist gerade, keine Ahnung, der stand hinter einem Auspuff oder so und ist komplett schwarz. Ja. Dann gibt es eine Klopperei und eine Viertelstunde später treffen sich die beiden wieder im Film, da hat Terence Hill zwischenzeitlich mal geduscht. Und Bud Spencer sagt zu ihm, sag mal, hast du vielleicht einen schwarzen Bruder? Ja, oder er benutzt, glaube ich, sogar, er sagt sogar, hast du einen Bruder, der Neger ist? Ja. Oh, ja. Und das sind ja solche Dinge, die wir heute einfach nicht mehr sagen, weil wir halt wissen, dass es verletzend ist und weil es schwachsinnig ist und weil das früher Leute gesagt haben, die da ganz andere Intentionen im Kopf haben. Wenn ich diese Szene in dem Film sehe, muss ich trotzdem drüber lachen, ja, weil es halt einfach so da ist und so gegen Konventionen verstößt und aber aus so einer ganz, aus so einer ganz harmlosen Intention heraus, ja, das soll ja nicht verletzen oder so, sondern das zeigt halt eher, das sind so sehr einfach gestrickte, etwas dämliche Charaktere, ja. Und ja, von da, ich kann auch über sowas lachen. Es kommt immer auf die Intention dahinter an. Wie wird das verwendet? Was soll das ausdrücken? Genau. Ja, das ist so meine Meinung dazu. Ach, das hast du so schön gesagt. Dieses wunderbare Beispiel hätte ich mir gar nicht besser aus den Rippen leiern können und dann hätte ich mir auch das Rumgeeiere gerade erspart. Aber gut. Wunderbar. Das ist so Quatsch, Sebastian. Komm, lass uns mit der Folge starten jetzt. Lass uns mit der Folge starten. Hol ich mir jetzt ein Bier oder nicht eigentlich bei der Folge? Das musst du entscheiden. Ich bleib beim Gänseweinen. Ist gut. Dann bleib ich auch trocken heute Abend mal. Die Folge heißt And the Children Shall Lead. Zu deutsch, Kurs auf Markus 12. Da geht es ja schon mal gut los. Ist die vierte Folge der dritten Staffel, richtig? Ja. Ich glaube, das sind die in der vierten Folge der dritten Staffel. Und Sebastian, ich habe überhaupt keine Ahnung, wann die zum ersten Mal in Deutschland ausgestrahlt wurde. Soll ich mal raten? Ja, mach mal. Ich sage, das ist eine frühe Folge. Okay. Also die Folge wurde ausgestrahlt in Amerika am 11. Oktober 1968 auf NBC und in Deutschland am 23. Februar 1974 auf dem ZDF. Also wieder einmal Glückwunsch Simon. Ein Volltreffer. Ja. Kriege ich eigentlich irgendeinen Preis am Ende? Du kriegst den D. Kelly Award of Excellence. Den hast du schon. Den habe ich schon. Der wird auch für alle Zeiten dein sein. Dankeschön. Du zementierst das hiermit nur. Vielen Dank. Geschrieben hat die Folge ein gewisser Edward J. Laxow. Und ich weiß nicht, ob man hier von Schreiben sprechen darf. Der hat dem, dem ist das einfach irgendwie eingefallen. Und dann hat er es, dann hat er es, dann hat er es niedergeschrieben, festgehalten. Und ja, das wurde dann halt irgendwie, wurde das dann umgesetzt. Du meinst, es kam ihm einfach, diese Sache. Es kam ihm einfach so. Ja. Wahrscheinlich, als er gerade so am Ovenpot saß. Ja. Weißt du, da dachte er sich, Mensch, ach, das ist doch hier eine gute Idee. Die könnten wir doch mal so machen. Unser lieber Freund, der Gene Roddenberry, hat den Edward J. Laxow in die engere Wahl genommen für den Job des Scripteditors in der dritten Staffel. Er hat ihn dann nicht genommen. Und ich glaube, da ist ein Kelch an uns vorübergegangen. Ja. Wahrscheinlich, ja. Keine Ahnung, ob der immer so bei allem, was er so geschrieben hat, so daneben gehauen hat, wie jetzt in diesem Fall. Aber ja, das ist schon, ich, ich, ja, komm, müssen wir uns, glaube ich, ein bisschen erarbeiten jetzt. Ich glaube auch. In der nächsten Stunde. Ich glaube auch. Wie das Ganze jetzt so überhaupt kommen konnte. Jo. Wie geht es denn diesmal los, Simon? Es geht ja, ich fand, es geht am Anfang knall auf Fall. Ging dir das auch so, dass du den Einstieg recht unvermittelt fandest? Aber hallo. Aber hallo. Also, wir starten direkt auf einem Planeten, nämlich auf Triacus. Und die Enterprise-Crew hat ein Notsignal bekommen und hat da nachgeguckt. Auf diesem Planeten ist ein Außenposten der Föderation. Und ja, unser Triumvirat beamt mal runter, um da nach dem Rechten zu sehen. Und das, was sie finden, Sebastian, das ist schon ganz schön krass. Was finden die denn da? Ein Haufen Leichen liegt da einfach nur rum. Und das ist schon ziemlich grausig eigentlich. Wie die da so rumliegen. Auf einem kleinen Studioset, das mich erinnert hat an By Any Other Name. Ihr erinnert euch an diese Folge, wo da die extra außergalaktischen Leute wieder nach Hause wollten. Das sah ziemlich genauso aus wie das. Und da sind einfach nur Leichen. Auch eine Frau, die überall Flecken hat, die noch eine Ampulle im Mund stecken hat und die sich ganz offenkundig selbst vergiftet hat. Grausig. Genau, ja. Das stellt der McCoy fest. Der stellt so eine Chemikalie fest, mit denen sich die Leute da offensichtlich umgebracht haben. Als gäbe es so eine Art Massenhysterie. Hysterie. Ja. Oder, ja, also man hat ja diese typischen Bilder im Kopf von irgendwelchen Sekten, wo die Mitglieder sich plötzlich alle umbringen. Waco, ja. Waco, sowas genau. Genau, also so zeitgleich. So ganz verrückte Geschichten. Und, ja, es sind aber nicht alle tot auf dem Planeten. Einer lebt noch. Der ist gerade im Sterben. Das ist, glaube ich, ich habe den Namen vergessen, aber das ist, ja, der Chef da, ne? Professor Starnes. Professor Starnes, genau. Und der scheint den Kirk gar nicht so recht zu erkennen, als der Kirk so sagt, ich bin's, Kirk. Shetner liegt hier schon los. Ja, also der hat in dieser, in dieser Folge hat der William Shetner einige seiner Negativ-Glanz-Momente, finde ich, was dieses Overacting angeht. Schon. Und hier startet das Ganze schon so ein bisschen. Ja, aber der Starnes, der kann halt auch nicht sagen, was da passiert ist, denn der, ja, stirbt sehr, sehr schnell. Und dann, ja, finden sie so einen Rekorder. So sieht aus wie so ein Rekorder. Und da ist, ja, noch so ein bisschen, so eine Nachricht ist da drauf. Aber die, wo jemand redet, ja, der Feind im Inneren, aber man sieht halt noch nichts, das Band ist irgendwie beschädigt, das muss man sich später anschauen. Ja, und dann ertönt was ganz anderes, Sebastian, nämlich ein Kinderlied. Ja, dann hören wir Ring Around the Rosie. Und es kommt nämlich eine Schar Kinder angelaufen. Es sind, ich glaube, vier Kinder, nee, fünf Kinder, Entschuldigung, fünf Kinder kommen angelaufen. Und die singen und tanzen dann so um einen sehr, sehr ernst dreinblickenden Körg. Und dann fragt man sich natürlich, warum freuen sich die Kinder so, wo hier so viele tote Leute rumliegen? Und da haben wir jetzt auch ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken, denn in dem Moment setzt der Vorspann ein. Exakt, ja, mit diesem Ringel rein. Die erste Assoziation, die ich so hatte, sind die Kinder des Mais. Total, ja. Ja, also irgendwie, irgendwie denkt man so, Mensch, fiese Kinder, man denkt auch so ein bisschen an Miri. Ja. Also das ist so irgendwie, irgendwas Schlimmes ist da passiert und um Gottes Willen haben die Kinder denn vielleicht die Erwachsenen nicht umgebracht. Diese Ringel rein, das hat schon auch ein bisschen was Unangenehmes, was Gruseliges an sich. Und ja, also an dieser Stelle hätte das Ganze sich ja auch noch gut entwickeln können in einer spannenden Episode. Weil man möchte ja schon wissen, was da jetzt passiert ist. Ja, auf jeden Fall. Simon, ich habe ein paar schöne Connections, was die Kinderdarsteller angeht, für dich. Ja. Wovor wir in die echte Folge stürzen, kann ich dir verraten, der Tommy, das ist das Hauptkind, der Rotary mit den Sommersprungen. Ja, der größere, genau. Das ist Craig Hundley, der wird sich später Craig Huxley nennen. Den kennen wir schon, das war Peter Kirk aus Operation Annihilate, also der Neffe von Jim, den hat er da gespielt. Und der wird später Musiker und erfindet den Blasterbeam. Das ist dieses wahnsinnige Instrument, das wir im Soundtrack von Star Trek The Motion Picture hören, was immer so macht. Dann haben wir Brian Toschi als Ray, der spielt später bei Next Generation einen Ensign. Wir haben Mark Robert Brown als Don, wir haben Pamelin Ferdin als Mary, letztere saß später als Tierschutzaktivistin mehrfach im Knast. Und wir haben auch noch als Steve haben wir Cesar Bellay. Und Cesar Bellay ist der Sohn von Melvin Bellay, zu dem kommen wir später noch. Der spielt auch mit in der Folge. Ja, spielt, 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 ja, das wird noch richtig, richtig krass. Ja, und jetzt kommst du. Ja, jetzt komme ich jetzt, ich mache einfach mal weiter. Du hast es ja gerade schon ein bisschen erwähnt, man überlegt sich jetzt, warum sind denn die Kinder da so happy? Und der McCoy hat da eine, ja, eine etwas, ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll, also der McCoy sagt, das Ganze ist vermutlich ja ein traumatischer Schock, der ausgelöst wurde. All diese Kinder müssen irgendwas Furchtbares gesehen haben. Und ja, könnte ja so sein, dass sie das jetzt verdrängen und stattdessen da einfach rumtollen und sich Händchen halten. Ja. Ja, lacuna amnesia, sagt McCoy dazu. Ja. Das ist so der Fachbegriff. Kirk sagt McCoy, Mensch, bei uns, wir sollten die Kinder vielleicht mal befragen, aber McCoy rät davon ab. Der sagt, wenn das so ist, dann sollten wir erstmal warten und da später nochmal nachschauen. Sebastian, ich bin weder Psychologe noch Psychiater. Hältst du das für realistisch, dass alle diese Kinder sich, ja, in so einer Art Massensuggestion so verhalten? Ich, also, das mag sein, also, vielleicht gibt es unter unseren Hörern auch tatsächlich Leute vom Fach, die mir da widersprechen, aber ich halte das für sehr unglaubwürdig. Ich glaube, dass, ja, sicherlich könnten ein oder zwei dieser Kinder so reagieren. Andere wären doch aber völlig verängstigt und, keine Ahnung, und andere wiederum würden vielleicht damit ein bisschen besser umgehen und würden sagen, hey, hier hat jemand die Eltern getötet. Also, ich halte das irgendwie so ein bisschen für verkürzt, wie der McCoy da denkt. Ja, ich meine, sie sagen ja, ohne dass sie es konkret aussprechen, sagen Spock und McCoy, dass die Kinder sich in dieser Nicht-Wahrhaben-Wollen-Phase dieses Kübler-Ross-Modells der Trauerphasen irgendwie gibt. Und zwar so stark in dieser Nicht-Wahrhaben-Phase, dass sie nichts mehr mitbekommen. Dass sie noch nicht mal mitbekommen, wenn die Eltern beerdigt wurden, denn das ist die Szene, die wir nach dem Vorspann sehen. Die Eltern kommen da gerade unter die Erde. Und ich finde das schon sehr... Mit Grabsteinen. Mit Grabsteinen, ja. Und mit der Flagge der United Federation of Planets, die wir hier das erste Mal sehen. Mann, wenigstens was Gutes. Ja, aber ich finde das schon stark. Ich finde es aber vor allen Dingen auch stark, dass McCoy und Spock, die sich nie einig sind, nie, sind sich ausgerechnet bei etwas, wo sie beide so sehr daneben liegen, total einig, wie sie es in dieser Folge sind. Und nur Kirk ist misstrauisch. Da ist etwas in der Dynamik der Figuren kaputt, finde ich. Das passt da schon nicht. Ja, das stimmt. Das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber du hast völlig recht. Sehr, sehr gute Beobachtungen. Das hat das Ganze wahrscheinlich nochmal so verstärkt bei mir, dass ich die Unterhaltung einfach komisch fand und auch den Schluss komisch fand. Und dass diese eigentliche Diskussion darüber, die man ja kennt von McCoy, Spock und Kirk, dass sie hier eigentlich fehlt oder halt falsch läuft. Genau. Eigentlich müssten die beiden total gegeneinander reden. Wenn das meinetwegen der McCoy sagt, die trauern jetzt hier und kriegen nichts mit und Spock sagt, ich glaube, die stehen unter einem fremden Einfluss. Und dann gehen die sich ein bisschen an die Köppe und dann sagt Kirk, ich muss jetzt was entscheiden hier. Wir machen das so und so. Das wäre der normale Verlauf des Gesprächs gewesen in jeder anderen Folge. Hier geht es nicht so. Exakt. Nun denn. Man spricht natürlich ein bisschen weiter jetzt und fragt sich, was ist denn da jetzt wohl passiert? Kirk und Spock theoretisieren da so ein bisschen, dass ja, eventuell kann es ja auch so sein, dass irgendwelche Bakterien oder irgendwelche Chemikalien die Erwachsenen da hat ausrasten lassen. Und eventuell wurden die Kinder ja sogar absichtlich verschont. Und vielleicht verhalten sie sich jetzt auch so, weil sie irgendwie unter Druck gesetzt werden oder weil sie vielleicht eine Belohnung bekommen. Was ja der Wahrheit schon ein bisschen näher kommt. Ja. Was auch so seltsam ist, dass man jetzt darüber redet. Es ist total seltsam, dass man darüber redet, weil wir eigentlich schon in Miri, das hast du ja vorhin schon erwähnt, die Folge, da haben wir gelernt, dass die Kinder lange überleben und irgendwann kommt die Pubertät und dann sterben sie alle. Vielleicht ist auf dem Planeten irgendwas Hormonelles vorgefallen, dass Kinder überleben und Erwachsene sterben. Warum ist jetzt Spock dann doch auf einmal der Auffassung, dass da äußere Einflüsse von jemand Drittem passiert, der die belohnen oder bestrafen will? Das sehe ich da noch gar nicht zwangsläufig. Man merkt, hier ist das Ganze schon so ein bisschen ja einfach neben der Spur. Wir haben sich die beiden unterhalten, empfängt, das hören wir glaube ich auch zum allerersten Mal, empfängt der Tricorder ein Signal und meldet sich mit so einem Piepston. Wie so ein kleines Telefon, das plötzlich losgeht. Wir kennen das ja vom Kommunikator, aber hier ist tatsächlich der Tricorder, der sich mal so einfach meldet. Und ja, Spock hat, also der Tricorder hat quasi ein Signal aufgenommen, das nicht menschlich zu sein scheint und das aus einer natürlich, aus einer Höhle kommt. Sebastian, warum haben so viele Planeten eigentlich so Höhlen, wo so spannende Dinge drin passieren? Ja, das ist eine gute Frage. A, natürlich ist die richtige Antwort, sie lassen sich gut bauen. Aber, ach ja, ich mag ja die Höhlen eigentlich, die Original Series Höhlen. Sie kosten wenig Geld und sie sehen immer irgendwie lila aus. Richtig. Das sind doch schon mal zwei gute Gründe, oder? Ja, schon. Ja, aber jetzt, man marschiert da rein, in diese Höhle, also Kirk und Spock marschieren da rein und plötzlich kriegt der Kirk so eine richtige Panikattacke. Der fängt an zu zittern, der guckt so ganz komisch, der reißt die Augen auf und ja, mein Gott, das sieht alles so, sowas von übertrieben aus. Das kann ich nicht ernst nehmen. Hätte auch sagen können in dem Moment, jetzt wird gekackt, Freunde. So gut, so guckt er nämlich eigentlich auch. Aber, ja, der Shatner gibt alles in der Folge. Ich glaube irgendwie in den ersten beiden Staffeln hatten ihn die Regisseure besser unter Kontrolle. Ja, wahrscheinlich. Irgendwas hat er doch jetzt gerade. War das die Zeit, wo seine Ehe schon kaputt ging, dass er ein bisschen durchdreht oder was ist mit Shatner? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wussten sie hier schon, dass es zu Ende geht? Ja. Keine Ahnung, wann die sind, wahrscheinlich, vielleicht, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob zu dem Zeitpunkt, wo das produziert wurde, schon dieser Sendeplatz feststand. Denn als die von dem Sendeplatz wussten, da haben alle gesagt, alles klar, wir wissen, was da ist. Aber ob das jetzt da schon der Fall war? Vielleicht war es noch zu früh in der Produktion. Vierte Folge, so ein paar Wochen, Monate filmen die schon im Voraus. Ich sag mal, die wussten es noch nicht. Behaupte ich. Kann durchaus sein. Vielleicht will der Shatner sich hier empfehlen für den Broadway. Vielleicht haut er da einfach auch ein bisschen, will er so ein bisschen zeigen, was er kann. Du hast recht, ich verstehe es auch nicht. Weil wenn so ein Regisseur da steht und sich das ansieht, der würde ja dann irgendwann, Bill, können wir das nochmal machen vielleicht und machen wir ein bisschen weniger. So, ja, also vielleicht hatte Shatner da schon zu viel zu sagen am Set oder keine Ahnung. Das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Da treffen ja große Egos aufeinander. Oh ja. Oh ja. Ja, gute Erklärung. Also irgendwas ist in der Höhle. Und vor der Höhle ist es auch sofort wieder weg. Und dann beamen sie sich ja hoch und wollen mal die Kinder befragen als nächstes. Und wir sehen ein schönes, eine schöne Gegend auf der Enterprise, ein tolles Set, das wir so noch nicht gesehen haben, Simon. Oder? Ist mir das ein Gern. Genau, das Arboretum ist das. Also ein schöner großer Raum mit so ein paar Gärten, die da angelegt sind. So ein richtig schöner Freizeitraum, wo man auch mal ein bisschen abschalten kann. Sehr schöne Farben. Es gibt ja so Food-Herstellungsgeräte. Und ja, die Nurse Chapelle ist da, die die Kinder so ein bisschen in den Empfang genommen hat. Ja, da sagen sie jetzt mal, hör mal, du machst jetzt mal Kindergärtnerin. Krankenschwester, Kindergärtnerin, das passt irgendwie schon. Mach du das mal. Du bist auch eine Frau und wir wissen ja, Frauen kümmern sich um Kinder. So, hast du da gerade einen Handschuh für unsere Hörer hingeworfen? Ja, genau. Ich möchte mich doch so gerne rechtfertigen. Ja, habe ich das gehört gerade. Ja, aber das ist genau, warum habe ich das jetzt gesagt? Warum habe ich das jetzt gesagt? Ich mache mich über die Naivität in dieser Folge und auch über den Sexismus, den es halt damals gab, mache ich mich lustig. Ach was, echt? Mit manchen Dingen, die für sich betrachtet eigentlich ganz furchtbar waren und nervig und vieles aufgehalten haben, was so die moderne Entwicklung angeht. Und eine Art damit umzugehen ist ja auch, sich darüber lustig zu machen. Ja. So. Ich finde es ja viel geiler, die verteilt jetzt mal hier lecker Eisgutscheine. Super. Und dann bekommt der Stevie, also der Sohn von Melvin Belay, bekommt einen Eiskutschein für Kokosnuss und Vanille. Und dann sagt er etwas, das habe ich nicht verstanden. Er ist sehr, sehr enttäuscht, weil das beides helle Eissorten sind. Das hätte mich als Kind sowas von überhaupt nicht gestört. Ich mag nicht so gern Kokosnuss. Ja, aber. Ich auch nicht. Weil ich hauptsächlich, obwohl Kokosnuss Eis geht vielleicht. Ich finde nur immer, wenn ich im Bounty reinbeiße, so von der Konsistenz her, so muss sich das glaube ich anfühlen, wenn du diese Reste aus einem Bleistiftanspitzer kauen musst. Aber vielleicht geht es ja beim Eis, ich weiß es nicht. Aber warum ist der Junge davon enttäuscht, dass das weiße ist oder hell ist? Weiß ich nicht. Er möchte halt genauso viel Vielfalt haben. Nicht nur, was die Geschmacksnerven anbelangt, sondern auch die Stimulation der Geschmacksnerven anbelangt. Sondern er möchte halt auch, das Auge ist ja mit. Ja gut. Und dann soll es halt für farbig sein. Und vielleicht ist es ein Arschlochkind, das nie zufrieden ist. Und das ist dann halt einfach so. Das sieht dir an. Der andere hat ein schwarzes, schwarzes, der andere hat eine Schokolade, ich habe nur weiß. Ja, okay. Gibt es ja, ne? Ja, natürlich gibt es ja. Früher war ja auch manchmal so. Ich glaube, beim Eis wäre ich nicht so gewesen. Da hätte ich einfach gesagt, cool, Vanille-Eis. Das mochte ich auch sehr gerne einfach. Naja. Viel seltsamer ist ja eigentlich, dass er dann einen weißeren Eisbecher bekommt. Den wünscht er sich auch so zurecht mit Pfirsich. Und der ist viel größer und bunter. Und es wird so ein bisschen so dargestellt, als wäre das ein Eisbecher, der eigentlich aus dieser Maschine kommt, obwohl er das nicht hätte tun sollen. Oder vielleicht auch doch gerade. Und da frage ich mich, wozu soll diese Szene hinführen? Soll es uns zeigen, dass da ein Wesen die Eismaschine kontrolliert und dem Jungen den größten und buntesten Eisbecher der Welt gibt, obwohl das nicht sein dürfte? Aber dazu wird hier nicht klar genug irgendwas dazu gesagt. Das ist total merkwürdig, oder? Exakt. Das ist eine Szene, die man erst nachher vielleicht versteht. Nur sie ist halt so unbedeutend, dass man sie dann wieder vergessen hat. Ja, genau. Als ich das gesehen habe, habe ich sie nicht verstanden. Ich habe hier auch in meinen Notizen tatsächlich seltsame Szene stehen. Weil ich habe da auch zugelassen und dachte, ja, okay, das Kind ist halt irgendwie unzufrieden. Das kann ich alles nachvollziehen. Und jetzt hat es irgendwie mehr als die anderen. Ja, und die Chappelle guckt ganz komisch, aber sie macht ja auch nichts draus. Und naja, komische Szene einfach. Ganz seltsam. So ein bisschen wie hier Encounter at Farpoint in dem Büro des Gropplersorn, wo sich der Riker einen Apfel wünscht. Nee, Apfel haben wir nicht. Och, da stehen ja doch Äpfel. So in die Richtung ging das irgendwie. Aber dafür war es halt nicht bemerkenswert genug, dass es einem im Kopf lieb. Ja, na gut, während die dann so Eis futtern, sagt der McCoy vernünftigerweise meiner Meinung nach, wir sollten zu einer Starbase fahren. Also direkt zur nächsten Starbase fliegen, damit diese Kinder da auch von tatsächlich von Spezialisten behandelt werden, untersucht werden. Kirk lehnt hier unvernünftigerweise ab an dieser Stelle. Der sagt, wir fahren nirgendwo hin, bevor wir nicht wissen, was da unten passiert ist. Und Scheiß machen wir. Und das sind auch wieder so, das sind so diese Punkte, ich meine, das hat man ja immer mal wieder in irgendwelchen Folgen, dass Kirk Sachen macht, wo du dir denkst, eigentlich würde man das so nicht machen. Weil man dadurch das Risiko vergrößert, dass die ganze Situation jetzt richtig den Bach runter geht. Aber hier dann, weil es auch noch um Kinder geht, die vielleicht an einem schlimmen Trauma leiden, eine psychologisch unglaublich sensible, heikle Situation, da würde man mit Warp 10 zur nächsten Starbase fliegen und dann wiederkommen. Wir können uns diese da unten auf dem Planeten, wir haben die sogar beerdigt, die liegen da ja nicht rum, wir haben die auf dem Planeten da unten beerdigt, so viel Zeit hatten wir sogar. Da können wir auch später nochmal kommen und gucken, was da passiert ist. Zumal, Sebastian, zumal ja die Einzigen, die vielleicht etwas dazu wissen und sagen können, ja diese Kinder sind. Richtig. Nach dem Wissen, was Kirk und McCoy haben und Spock. Und vielleicht, wenn man die Kinder halt da hinbringt, die vom Psychologen behandeln lässt und vielleicht kriegt man dann irgendwie ein paar Informationen, was da passiert ist. Nein, man bleibt da. Weil, keine Ahnung, vielleicht passiert ja irgendwas. Es passiert natürlich irgendwas. Weil das Drehbuch das so vorgibt. Aber das kann doch Kirk nicht wissen. Nee, aber ich weiß nicht, vielleicht hält er sich ja selbst auch für den besten Psychiater überhaupt. Ein bisschen so führt er sich ja jetzt auch auf. Mischt sich unter die Kinder, bestellt sich auch ein kleines Eis und fängt an zu fragen, ob die Kinder nicht ihre Eltern vermissen. Aber das ist auch alles so kopflos, was er da vorhat, finde ich. Absolut. Ja, und das scheint sie ja erst so ein bisschen zu bewegen. Da ist so eine kurze Pause in dem Geschnatter. Ja. Der Wenste. Und naja. Und dann aber rufen sie irgendwie Busy, 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 Busy und rennen durch das Arboretum. Und ja, es hat alles überhaupt nichts gebracht. Ja. Und ja, jetzt lernen wir auch diesen Tommy so ein bisschen näher kennen. Das ist ja so eine Art Sprecher der Kinder. Zumindest wird er von Kirk so als solcher identifiziert. Der Kirk greift ihn raus und möchte von dem Tommy jetzt auch mal ein bisschen was wissen. Ja, er befragt ihn. Erstmal bedient der Tommy ja so ein bisschen dieses böse Kinder-Meme. Denn als es keine Eiscreme mehr gibt, sagt er dann sofort, seht ihr, von den bösen Erwachsenen bekommen wir nichts. Da habe ich auch gedacht, ach komm schon, das ist so ein alter Hut, dass irgendwie Kinder mit besonderen Fähigkeiten sich dann so auflehnen gegen die Erwachsenen mit. Und die anderen kleineren Kinder dann aufwiegeln mit diesem, guck mal, die verbieten dir, du darfst jetzt eben nicht mehr noch Bud Spencer gucken, du musst jetzt ins Bett gehen. Ja, so ein Kack. Aber gut, er befragt ihn, wie du schon sagst, warst du in dieser Höhle, war dein Vater ein bisschen aufgeregt vielleicht. Und da dringt ja der Jim tatsächlich verrückterweise ein bisschen zu dem Tommy durch. Denn dem stockt ja schon der Atem mal ganz kurz, so als wollten jetzt Tränchen kullern. Und dann tun sie es doch nicht. Dann tun sie es doch nicht. Kommt halt nicht wirklich, wirklich an ihn ran. Wie du schon sagst, Tommy sagt ja so, ja, ich habe meinen Vater heute Morgen erst gesehen, der hat sich aber nie um mich gekümmert. Die hatten alles, ja, die Eltern liebten es auf Triakus. Sie haben sich nur um Triakus gekümmert und um ihre Arbeit und nicht um uns. Ja, aber wie du sagst, er dringt nicht zu ihm durch. Aus Tommy ist nichts herauszuholen. Er ist recht frech und bringt alles gar nicht. Ich finde einen Satz ganz lustig, den der Kirk sagt, der sagt, wir haben euch doch hier an Bord der Enterprise eingeladen. Wir sind doch die Guten. Ja, was sollen sie denn machen? Haben sie die wirklich eingeladen? Haben sie die wirklich eingeladen oder haben sie die einfach mitgenommen? Ich glaube, sie haben sie einfach mitgenommen, oder? Vielleicht gibt es ja so eine Deleted-Szene, wo sie fragen, möchtet ihr mitkommen vielleicht? Jetzt sind ja hier die Eltern so tot, ist ja ein bisschen unbequem hier vielleicht. Wollt ihr mitkommen? Nein, also der wird die, ja natürlich haben die die mitgenommen, eingeladen, schmeingeladen. Richtig. Und als nächstes, Simon, machen sie etwas, was man mit psychisch gestörten Kindern auf jeden Fall tun sollte, wie ich finde. Man packt die völlig alleine und ohne jegliche Aufsicht in ein Quartier. Ja, in ein bewachtes Quartier. Ja, von außen steht eine Wache. Von außen steht eine Wache. Kirk findet die Kinder halt irgendwie unheimlich jetzt, ne? Bewacht die Kinder. Ja, und wenn man halt wirklich von dieser Trauma-Geschichte ausgeht, ja, wie du sagst, da kann man sich nur an den Kopf packen. Und hätte man jemanden dazu gestellt oder zumindest eine Art Videoüberwachung gemacht, hätte man ja auch gesehen, was jetzt absonderliches da passiert bei den Kindern. Ja. Die nehmen sich nämlich bei den Händen und wir sehen sie jetzt ja bei so einer Art Ritual. Die heben die Hände so hoch und runter, ne? Und so ein bisschen, so ein bisschen Tanz wirkt ja wie so ein exotisches, religiöses Ritual und sie singen ein Mantra über einen freundlichen Engel. Ja. Ja. Und dann kommt tatsächlich einer. Und dann kommt einer und aufgrund dieses Gesangs erscheint ihnen Melvin Belay, der den Gorgon hier spielt. Melvin Belay, Simon. Melvin Belay. Melvin Belay. Ein alter Sack in frivolen Klamotten. Der hat überhaupt nichts Engelhaftes, finde ich. Also das Einzige, was engelhaft an dem ist, ist, dass er halt ja so ein bisschen transparent grün leuchtet und so ein Gewand trägt, ne? Ja. Sieht eher aus wie so ein Clownsgewand. Ja, und ist einfach so ein alter Opa. So ein bisschen so wie Gott, in Anführungsstrichen, aus Star Trek V nur ohne Bart. Oh, da bist du aber schon eine heiße Sache auf der Spur, wie ich finde. Was? Was? Glaubst du, glaubst du, das ist dieselbe Rasse an Scharlatanen? Ich mag später nochmal darüber kurz sprechen. Vielleicht nicht jetzt. Ich komme nochmal drauf zurück, was du da sagst. Okay, alles klar. Ja, der sieht schon toll aus, ne? Der sieht toll aus. Super. Einfach. Und der spielt. Sieht man wie der Schau spielt. Das war fantastisch, oder? Das ist... Wer ist das? Dieser Melvin Belay, Sebastian? Ist das ein Schauspieler tatsächlich? Ich habe meine Zweifel. Nein, du fragst... Weißt du das, oder fragst du... Ich weiß es nicht. Melvin Belay ist kein Schauspieler. Das war ein Anfall von Stuntcasting. Und Melvin Belay ist ein berühmter Prominentenanwalt, von dem sie sich Einschaltquoten versprochen haben. Ich sag dir mal ein paar Leute, die er vertreten hat. Jetzt bin ich gespannt. Zsa Zsa Gabor, Erol Flynn, Chuck Berry, Muhammad Ali, die Rolling Stones, Lana Turner, Tony Curtis, Mae West und jetzt kommt es Jack Ruby, der Mann, der Lee Harvey Oswald erschoss. Wahnsinn. Ja. Nein, ich habe es nicht gewusst. Das Einzige, was mir tatsächlich aufgefallen ist, ist, dass der ganz komische Sachen macht. Und ganz... Also, Hölzern ist das falsche Wort. Es sieht ungefähr so aus, als wenn ich jetzt, keine Ahnung, eine Szene nachspielen soll, die, keine Ahnung, Robert De Niro in seinen guten Jahren gespielt hat. So sieht das aus. Ja. Jemand, der versucht, irgendwie ein Schauspieler zu sein. In einem meiner absoluten Lieblingsfilme machen sie sich ja sogar darüber lustig. Es geht um den Film Zodiac von David Fincher und da wird Melvin Belli gespielt von Brian Cox. Und da will sich irgendwer bei ihm einschleimen. Die besuchen den Melvin, den Anwalt da zu Hause und sagen zu ihm, Mensch, letzte Woche habe ich dich in Star Trek gesehen. Toll, toll gespielt. Toll. Und ja, aber also Zodiac ist ein guter Film, muss ich mal sagen. Guckt ihn euch an. Finde ich auch. Den finde ich auch super. Aber ich habe die Verbindung nicht gezogen. Nee. Schön. Einfach nur schön. Ja und gut, der ist jetzt halt da und der will, der hält sich da auch gar nicht so richtig hinterm Berg mit, sondern der spricht mit den Kindern auch. Und der sagt, ja im Grunde will er die Galaxis mithilfe der Kinder erobern. Millionen Menschen sollen sich ihm unterwerfen und alle Feinde sollen vernichtet werden. Und die Kinder möchten ihm dabei helfen, denn die werden ganz viele Freunde kriegen. Millionen von Freunden. Und deswegen soll jetzt auch die Enterprise nach, ach so, jetzt kommt's, Marikos 12, wird im Englischen gesagt. Nach Marikos. Ja. Mit O. Marikos. Echt? Oh Gott. Nicht Marikos. Marikos 12. Jetzt muss ich aber mal wirklich auf die Memory-Alpha-Seite von And the Children's Lied schauen. Tatsächlich Marikos 12. Ich flippe aus. Weißt du, warum ich das weiß? Du hattest die Untertitel an. Ja. Ich hatte die Untertitel an. Ich gucke mir das tatsächlich mit Untertiteln an, um ja, überhaupt nichts zu verpassen. Wenn der Shetner aber wieder nuschelt oder so. Oder wenn man im Hintergrund irgendwas Lustiges hört. Und ich dachte, was, Marikos? Und dann, wenn du auch hinhörst, sagen sie auch Marikos. Ja, okay. Sie sagen nicht Marikos, sie sagen Marikos. Ja. Ja, da haben die Deutschen wieder ganz, ganz besonders tief ins Drogen gegriffen. Aber wirklich, ganze Arbeit geleistet. Menschenskinder. Ja. Warum nach Marikos 12? Das wissen wir nicht so genau. Das ist halt, weil es halt Marikos 12 ist. Und weil da Millionen Menschen leben. Und so haben wir jetzt jede Menge Expositionen mitbekommen. Einfach, der bricht ja einen Schwald von Expositionen über uns Zuschauer. Also die Kinder sollen jetzt bitteschön das Schiff hijacken, um da aus irgendeinem Grund hinzufliegen. Nochmal eine kleine Randnotiz zum Bellay. Der Roddenberry, dem fiel übrigens auch auf, dass der gar nicht so gut Schauspielt. Und der hat dann gesagt, mach den mal halb durchsichtig und grün leuchtend, damit man den nicht so genau sehen kann. Ja, das erklärt natürlich einiges, ne? Ja. Ach Gott. Ja. Und noch eine Randnotiz. Die Gorgonen, das ist ja ein Gorgon. Die stammen aus der Sagenwelt. Und ein Bruder oder eine Schwester, besser gesagt, ist Medusa. Die gehört auch zu dieser Rasse. Die Schlangentante, wo du zu Stein wirst, wenn du die genauer anguckst. Okay. Interessant, ja. Gorgon. Der Gorgon. Wir wissen allerdings nicht, dass er Gorgon heißt, ne? Zu diesem Zeitpunkt. Ne, stimmt. Oder sein Gorgon ist. Ich glaube, das wird irgendwann wieder mal so genannt, dann tatsächlich. Aber hat sich nie so richtig vorgestellt. Ne. Guten Tag. Guten Tag. Gorgon ist der Name. Nein, hat er nicht gesagt. Ne, sein Name. Vor allem Gorgon ist der Name, ne? Sehr schön, ja. Gorgon. Guten Tag. Ach, ja, wir lassen den mal da einfach weiter durchleuchten und gehen auf die Brücke. Und auf der Brücke ist gerade Spock, der, ja, dieses Tape vom Planeten, wo man halt sieht, was der Professor da aufgenommen hat. Der hat es, ja, einmal durch den Datenretter hat er das gepackt. Und das wird jetzt so ein bisschen wieder neu aufgebaut. Und jetzt können sie sich das quasi angucken. Jo, und er sagt, wir haben Panikattacken, den Kindern geht es soweit gut, wir Erwachsene werden immer panischer und wir haben den letzten Überlebenden eines Volkes in so einer Höhle entdeckt. Und gerade als es interessant wird, kommt Tommy auf die Brücke und macht was? Der macht, der macht so eine Art Mind Control. Na, erstmal macht er einen Computer Control. Oder ist das schon Mind Control? Ich weiß es nicht genau. Er nimmt seine Faust und schüttelt die so. Eins, zwei, drei. Ja. Sein Arm so. Und das ist, ja, der Mechanismus wird da in Gang gesetzt, mit dem diese Kinder, vermutlich mit der Hilfe von Gorgon eben, die Leute beeinflussen können. Das, was die Leute sehen, was sie fühlen und was sie so mitbekommen. Und hier wird das in der Szene, in der Szene wird das noch nicht so richtig klar. Ich habe erstmal gedacht, er schafft es tatsächlich, die Aufnahme zu unterbrechen, weil dem Professor wird, plötzlich geht es aus. Ja, doch, das macht er auch. Das habe ich so gedeutet. Das kann er auch. Das kann er auch. Es ist jetzt nicht so, dass er alle in der Brücke beeinflusst, dass die jetzt die Aufnahme nicht mehr sehen können. Ich glaube, er kann da irgendwie eingreifen, elektronisch, auf niedriger Ebene. Und der Tommy, Kirk spricht dann auch mit dem Tommy, dreht sich um. Ach, du hier, warum wurdest du denn hier hochgebracht von dem Sicherheitsmann? Fragt sich auch so keiner. Der ist einfach da. Und Tommy sagt dem Kirk dann auch direkt, ich möchte nach Markus 12. Kirk will das nicht. Kirk hat mittlerweile eingesehen, dass man zur Starbase fliegen sollte. obwohl man ja immer noch da in Orbit des Planeten ist. Noch ein paar Tage, keine Ahnung. Und ja, Tommy scheint das zu akzeptieren und sagt dann, okay, aber darf ich noch ein bisschen auf der Brücke bleiben? Ich mache auch nichts kaputt. Ja. Und Kirk, idiotisch, wie er sich in dieser Folge verhält, erlaubt es ihm. Und geht auch noch weg mit Spock, entfernt sich von der Brücke. Also das wäre Jean-Luc Picard nie passiert. Nein. Dass der Kinder auf die Brücke lässt und dann auch noch sagt, ich gehe jetzt mal. Ja, seht mal, zu wie er klarkommt. Er sagt auch niemandem irgendwie, Uhura, hab mal ein Auge auf den Jungen oder sowas. Der lässt den da einfach stehen und geht raus. Ja, du darfst hierbleiben. Bitte. Es passt halt alles nicht zusammen. Kirk hatte doch vorhin, vor noch nicht mal fünf Minuten, hatte der ein ganz, ganz blödes Gefühl bei diesen Kindern und hat selber noch gesagt, bitte bewacht sie. Ja. Irgendwas stimmt hier nicht. Und dann lässt er den halt da auf der Brücke zurück. Und der nutzt das natürlich aus, denn diese Zauberei, die funktioniert auch mit Zulu und Chekhov. Wie geht das denn da weiter, Sebastian? Ja, er schüttelt die Fäuste und dann wird erstmal der Kurs geändert, dass man jetzt nach Marcos 12 fliegt. Aber gleichzeitig werden sie dazu gebracht, dass sie weiterhin wie in Trance, auch wie unter Drogen, den Planeten Triakus sehen. So als wäre man immer noch da. Und genau. Es scheint ja auch sehr begrenzt zu sein, dieser Einfluss dieses Zaubers, denn als Uhura sich in ihrem Stuhl mal umdreht und den Hauptbildschirm sieht, da sieht sie ja dann schon, dass man unterwegs ist. Ja, sie erschrickt sich total und möchte irgendwas sagen, aber dann beeinflusst Tommy auch sie schließlich. Ja. Und hier ist dann so das Erste, was ich ganz gut finde, weil ich habe mich ja dann schon gefragt, es fällt das eigentlich niemandem sonst auf, dass die Enterprise plötzlich eine Kurskorrektur vornimmt und losfliegt. Ich meine, die Enterprise hat doch auch Fenster, oder? Hat sie gar keine Fenster? Die Classic Enterprise. Die hat zumindest wenige Fenster. Die sind ja alle, die Quartiere sind alle innenliegend. Ich glaube, es gibt auch keine einzige Szene, außer dieser einen Szene in Conscience of the King, wo Kirk und das junge Mädel da mal rausschauen auf dem Observation Deck. Aber ansonsten meine ich, gibt es keine Szene, wo es Fenster gibt. Nee, doch, auch hier in der Folge mit der Überbevölkerung auf dem Planeten. Da guckt man auch auch mal aus einem Fenster raus. Aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht viele Fensterszenen in der Urserie. Kann ich mich auch nicht dran erinnern. Na gut, aber im Maschinenraum sollte es auffallen. Und wir schalten dann auch runter in den Maschinenraum. Und da steht ein anderer Junge. Das Ganze ist also eine koordinierte Attacke, Sabotage auf die Enterprise. Der Kinder, der andere Junge, ist wie auch immer in den Maschinenraum gelangt. Und da sitzt ein Ingenieur und auch der bekommt diesen Einfluss zu spüren. Scotty bemerkt die Kurskorrektur auch und findet das auch ganz seltsam. Und als er das ändern will und er merkt, irgendwas stimmt mit denen nicht, die hören ja nicht auf meine Befehle, die reden dummes Zeug, schlagen die denen ja auch nieder, die anderen Leute da im Maschinenraum. Ja, und damit ist das Schiff erfolgreich unter der Kontrolle der Kinder. Ja, indes schaut man endlich mal das Video zu Ende. Aber das gibt noch keinen richtigen Aufschluss. Kirk und Spock denken immer noch, dass die Kinder allein dafür verantwortlich sind. Und dann aber kriegt Spock mittendrin auf einmal eine fixe Idee, wie er sie ja öfters mal bekommt. Naja, er hat die Kinder dann im Verdacht, ne? Ja, aber er sagt auch, es gibt ja die Legende eines uralten Bösen, das durch die Galaxie marodiert. Und ich meine, natürlich hat er recht, aber ich habe nicht ganz mitbekommen, wie er da jetzt drauf kam. Nee, ich auch nicht. Ich muss es sogar verdrängt haben tatsächlich, dass er das so sagt. Ja, ich gucke nochmal in das Transkript rein, wie er sich da genau äußert. Ah ja, okay, er sagt, Traiakos war die Heimat einer marodierenden Bande, die durch das System Epsilon Indy, die da gewütet haben. Und nach vielen Jahrhunderten wurden sie von denen, die sie da belästigt haben, zerstört. Und da endet die Legende nicht, sondern sie hat halt noch diesen schrecklichen Nachgeschmack, dass das Böse irgendwie noch da ist und auf Verstärkung wartet, dass es wieder losgehen kann, wieder weitergehen kann, dass man wieder die Galaxie belästigt. Und da kommt er einfach aus dem Planeten Triakus drauf. Und das ist schon mal eine Geschichte, die er da auspackt. Die, weiß ich auch nicht, Grimmsmärchen oder so. Aber es stimmt ja. Es stimmt ja. Mein Gott, es stimmt. Es stimmt. Ja, es stimmt. Denn als Kirk, Spock und McCoy, als sie dann zurück zur Brücke gehen, oder ich glaube, es sind nur Kirk und Spock, passiert ja... Nee, Moment, wie war das nochmal, Sebastian? Es ist ja, das ist alles so wirr in dieser Folge. Zunächst ist es doch so, dass Kirk nochmal zwei Leute runterbeamen möchte, ne? Ja. Auf dem Planeten. Das ist meine Lieblings-Red-Shirt-Szene in der ganzen Serie überhaupt. Das ist das eine, wo die Folge bei mir punktet. Weil es gibt ja viele unglückselige Rothemden in der Urserie. Aber die beiden, die kriegen einen ganz speziellen Preis von mir, Simon. Ganz fantastisch. Kirk möchte die beiden runterbeamen, weil sie da irgendwie nochmal nachschauen sollen. Und wir erinnern uns, die Enterprise ist ja unterwegs gerade. Die ist ja gar nicht mehr da über dem Planeten. Und ich glaube, ist es Kirk persönlich, der die beiden runterbeamt? Oder ist es ein armer Teufel da am Beam-Pult? Ich glaube, ein armer Teufel, aber Kirk steht da rum. Kirk gibt ihm Befehl und die beiden werden auch weggebeamt. Und ja, es war nichts mehr von ihnen zu sehen. Man lacht da nicht drüber. Doch, es ist sehr lustig. Der Kirk, man erfährt auch ziemlich schnell, als man was hochbeamen will, dass man nicht mehr im Orbit ist. Und dann guckt er einfach so belemmert. Nicht, als wollte er sagen, oh je, zwei meiner Männer sind tot. Sondern nur, als wollte er sagen, ach Kacke, ach wie blöd. Ja, findest du? Ich sehe es an der Stelle, ich fand da Kirk ein bisschen besser tatsächlich. Er sagt irgendwie so tatsächlich, das kann nicht sein. Wir müssen über dem Planeten sein. Ich habe doch gerade diese zwei Leute runtergebeamt. Das kann nicht sein. Er will es nicht wahrhaben. Ja, herrlich. Aber er sagt auch nicht, holt ihm Leichen wieder zurück oder sowas wenigstens. Die beiden sind jetzt einfach weg. Die sind irgendwo gefroren und fliegen die durchs All. Bis in alle Ewigkeit. Das ist so scheiße. Das ist so scheiße. Das ist schon scheiße. Es ist halt Sinnlosigkeit, nicht zu überbieten, dieser Tod. Ich frage mich so ein bisschen, wie das eigentlich alles sein kann. So aus technischer Sicht. Ja, du musst doch irgendwie, irgendwo muss da doch eine Sicherung drin sein in diesem Teil. Oder nicht? Ich beam irgendwen ins All. Das kann doch nicht wahr sein. Ist die Frage, wie wirksam die Suggestion der Kinder ist auf die ganze Crew vielleicht sogar schon. Weiß ich nicht. Aber ja, eigentlich sollte da eine rote Lampe angehen und sagen, nee, also ins Weltall wird jetzt mal keiner gebeamt. Aber gut. Meanwhile, on the bridge, da dürfen die Kinder wieder ihre satanischen Verse aufsagen. Und sehr zum Entsetzen der Umstehenden erscheint Melvin Belay. Wer hier auch entsetzt. Ich auch. Ja, und der ignoriert auch alle, die um ihn herumstehen. Also Kirk und Spock guckt er gar nicht an, sondern der spricht nur zu den Kindern. Und der sagt, wir werden attackiert. Unser Plan ist aufgeflogen. Und wir müssen uns jetzt wehren. Und ihr müsst jetzt die Erwachsenen in Schach halten, indem ihr ihre Urängste gegen sie einsetzt. Also da ist die Rede im Englischen vom Biest. Die Bestie ist ja in einem selbst steckt die ja dritt. Und das ist so das, wovon man Angst hat. So wird das ein bisschen erklärt. Und wir sehen jetzt auch, wie das Ganze funktioniert. Denn das ist eine unglaubliche Szene, Sebastian. Der Zulu, ja, der steuert das Schiff. Kirk sagt ihm, das ist alles Einbildung. Wir sind hier nicht mehr unterwegs. Legt sofort einen Kurs nach Starbase 4 ein. und ignoriert den Viewscreen. Aber der Zulu ist wie gebannt. Der schaut auf seinen Viewscreen. Denn was er sieht, ist, dass die Enterprise auf so einem Kurs fliegt, wo sie so von Messern umgeben ist. Das klingt unglaublich. Also man kann das auch kaum erklären. Das müsst ihr euch ansehen da draußen. Also wenn ihr das nicht, das muss man halt gesehen haben, wie das aussieht. Das ist ja wie so eine Röhre aus Messern. Und wenn die Enterprise auch nur einen Millimeter nach rechts und nach links fährt, dann wird sie ja von so einem Messer berührt. Riesige galaktische Messer. Und dann würde sie in tausend Stücke zerspringen. Und der Zulu weiß das. Und der guckt da drauf, als wenn er die Enterprise mit so einem Joystick steuern würde dadurch. In so einem Geschicklichkeitsspiel. Und er sagt, nein, nicht das Pult anfassen, sonst sind wir zerstört. Ja. Es gab auf dem C64 mal so ein Spiel, da musste auf so einem fliegenden Teppich immer durch so Rauten fliegen. Und das bildete auch so einen Tunnel. Und genau dieses Spiel scheint der Zulu da gerade zu spielen. Wie hieß das nochmal? Master of the Lamps. Genau. Ich habe es gerade mal parallel googelt. Master of the Lamps. Guckt euch das mal an. So verhält sich der Zulu hier. Super. Ja, es ist schon echt. Ich meine, der Effekt ist irgendwie schon fantasievoll und geil. Also da musste auch erst mal drauf kommen. Aber es ist eine sehr spezielle Angst. Es soll einem ja hier wahrgemacht werden, dass das alles ein bisschen ist wie bei Stephen Kings It, dass jeder seine persönliche Angst vorgeführt bekommt und deswegen quasi handlungsunfähig ist. Und die Angst von Zulu ist schon sehr speziell, weil wenn ich jemand wäre, der im Raumschiff liegt, wäre meine Angst nicht ein Tunnel aus Schwertern im Weltall. Jetzt ehrlich nicht. Zumal wir auch wissen, dass Zulu ja durchaus fechtet. Also der ist ja mit, der mag das ja. Ja, keine Ahnung. Also ich fand es, ja, es sieht lustig aus und ja, es ist einfallsreich, aber das macht es irgendwie nicht besser. Also es ist halt totaler Schwachsinn einfach nur. Was hältst du denn von der Uhura-Beeinflussung? Ja, die größte Angst von Uhura ist, alt zu werden und zu sterben. Ja. Was halte ich davon? Ist sicherlich die Angst von vielen Leuten. Ja, schon. Und so sieht sie sich als alte Frau und da ist jetzt auch auf einmal ein Spiegel in ihrer Konsole, wo sonst nie einer ist. Ist der auch Teil der Illusion oder ist der uns bisher nur entgangen? Oder was ist mit dem Spiegel? Uhura hat doch einen Schminkspiegel, ist doch klar, Sebastian. Sie ist ja schließlich eine Frau. Natürlich. Deswegen hat sie auch Angst vorm Älterwerden. Ja, natürlich. Oh Mann, ey. Ja, wie dem auch sei, keine Ahnung, ob dieser Spiegel jemals vorher da war. Ich finde die Idee ja, also die Idee finde ich schon besser als das mit den Messern. Ja. Deutlich. Und der Effekt ist auch, also ich kann mir vorstellen, wenn ich das als Kind gesehen hätte, das ist auch ziemlich gruselig, wie sie da sich selber sieht in so einer unglaublichen Maske, die auch unglaublich fake aussieht. Aber wie das früher halt immer so war, wenn Leute verkleidet wurden, junge Leute, um halt, keine Ahnung, 90-Jährige zu spielen. So sieht das dann so ein bisschen aus. Sieht auch sehr krank aus und guckt so. Und ja, sie ist da auch ganz gebannt von diesem albtraumhaften Bild. Und auch Kirk will hier auch, sie soll das ignorieren, sie soll Starbase 4 anfunken, aber funktioniert alles nicht. Und dann meldet sich Spock zu Wort. Und Spock sagt, Captain, warum sollen wir eigentlich Starbase 4 anfliegen? Hier ist doch alles unter Kontrolle. Auch er ist irgendwie under the influence. Genau. Aber irgendwie, bei Spock kommt das irgendwie nicht so richtig raus, finde ich, was da gerade bei dem so läuft. Ja, wir kriegen seine Angst nicht verraten, ne? Genau. Und ja, also diese Psychospielchen, die die Kinder da machen, die sind ja auch, werden ja immer so gezeigt mit dem Faustschütteln und so. Ich finde, das ist hier an einem Punkt jetzt, wo sich das zum einen etwas langzieht, weil wir das zum 80. Mal sehen, wie da Sulu durch die Messer fliegt und wie Uhura in den Spiegel guckt und wie dann, keine Ahnung, so ein Rotshirt wird dann noch verzaubert und dann spricht Kirk irgendwie ganz komisch rückwärts oder so. Obwohl, das war lustig. Kirk, der... Wie der Zwerg aus Twin Peaks. Oh, Entschuldigung, der nicht so... Der vertikal beeinträchtigte Mensch aus Twin Peaks. Und ja, aber auch diese Szene hat mich ein bisschen geärgert. Ja, die ist irgendwie lustig, aber der Ratshirt macht ja überhaupt nichts. Der guckt den Kirk einfach nur groß an, anstatt zu sagen, ich verstehe sie nicht. Ja. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich verstehe sie nicht. Dann gibt es auch so eine kurze Szene, wo der Spock so eine Art Mindmeld-Trick macht, ja? Aber man weiß auch wieder nicht, was da so... Also es herrscht Chaos auf der Brücke. Einfach. Chaos. Und dann wird auch noch Kirk verzaubert, glaube ich, zum Schluss. Und er wird in den total overactenden Shatner verzaubert, dessen größte Angst es natürlich ist, das Kommande über die Enterprise zu verlieren. Klar, das haben wir jetzt schon tausendmal gehört. I'm alone. I'm losing command. Ja, also... Sehr schön. Sehr schön, Simon. Und er guckt dabei auch so unfassbar komisch. Und ja, diese Turbolift-Szene, die ist dann halt auch so das Maximale, was so der Shatner an Overacting drauf hat. Also wer das mal sehen möchte, der kann sich diese Turbolift-Szene angucken. So ist es. Scotty auch verzaubert. Oh nein, oh nein, wir können doch nicht die Instrumente umstellen. Die sind so empfindlich. Wir sind alle verloren. Meine Lieblingsszene. Tatsächlich. Wie Scotty das so sagt, ne? These are very sensitive instruments. I will not have you upset their delicate balance. We would all be lost. Forever lost. Und dann, go away now or we will kill you. Da muss ich tatsächlich lachen. Und ja, hab da auch mal wieder festgestellt, wie sehr mir doch James Doohan ans Herz gewachsen ist. Bei diesem Rewatch hier. Ja, das ist so ein goldiger Typ irgendwie. Er hat nicht viele Szenen, Szenen, aber wenn er Szenen hat, dann sind die auch meistens echt gut. Ich finde, der spielt den auch gut. Das ist kein Oscar-reifer Darsteller, aber er spielt diesen schottischen Chefingenieur, spielt ihn wirklich gut, muss ich sagen. Also ist viel Emotion einfach dabei bei ihm immer. Ja. Viel Herz ist da einfach drin. Das stimmt. Guter Mann. Ja. Und jetzt kommt so eine Szene, die habe ich nicht so ganz verstanden. Vielleicht kannst du mir da helfen, Simon. Denn Kirk glaubt immer noch nicht, dass die Kinder gefährlich sind, weil die sind ja doch nur Kinder. Obwohl sie ja etwas gefährlichem folgen und Erdogan den Gorgon doch auch schon gesehen hat auf der Brücke. Oder? Ich kann mich auch, ich kann auch mich völlig verrannt haben an der Stelle. Nee, du sagst da was sehr Interessantes. Kann es sein, dass Kirk den Gorgon gar nicht gesehen hat auf der Brücke? Der steht da zwar rum und wurde auch von den anderen schon gesehen, aber Kirk in ein paar Szenen vorher sagt auch nichts und unterbricht den auch nicht und sagt auch nicht, was ist hier los. Ja, vielleicht ist er unsichtbar für Kirk. Es ist schlecht inszeniert, merkt man hier gerade. Nee, merkt man nicht jetzt erst gerade. Merkt man die ganze Zeit schon. Es ist alles so unklar und so schwammig inszeniert. Bah. Ja, sie müssten sich auch hier noch viel mehr über das Wesen unterhalten, mit dem sie es da zu tun haben und die Kinder so ein bisschen aus dem Fokus nehmen. Ja. Weil die Kinder sind ja ganz offensichtlich beeinflusst von dieser Entität und man müsste sich halt überlegen, wie geht man jetzt mit dieser Entität um? Und ja, Spock sagt, ja, sie sind ja, wie sie folgen irgendwem, ne? Und man wird das Böse schon vernichten, wenn es niemanden mehr hat, der ihm auf den Leinen geht. Tja, ob das so klappt. Schön finde ich, als Chekhov dann Kirk und Spock festnehmen soll. Und als Kirk den Befehl hinterfragt, warum, wer hat dir das befohlen, dass du mich festnehmen sollst? Da kommt mein Zitat der Woche. Da quietscht der Chekhov richtig. Ich kann das gar nicht. Ich kann das gar nicht. Der kann so herrlich drei Oktaven höher schreien, der Walter-König, wenn es darauf ankommt. Das ist geil. Ich habe sehr gelacht. Ja, währenddessen, ich glaube, Tommy ist das tatsächlich, der im Hintergrund steht und diesen Faust-Move macht. Ja. Und hier kommt auch eine Szene, die ich recht schön finde. Das Ganze mündet nämlich in der handfesten Schlägerei, die Kirk und Spock auch gewinnen. Also, die schaffen es, die beiden Sicherheitsleute und den Chekhov niederzuringen. Und das finde ich tatsächlich auch schön von dem Tommy-Kinderdarsteller gespielt, ja, der dann ganz entsetzt guckt, weil er merkt, ja, oh, die Gewalt hat hier geholfen und hat, ja, Gewalt ist hier tatsächlich eine Lösung gewesen und hat, ja, ich muss jetzt ganz schnell mich hier verziehen. Ja, das stimmt. Das ist ganz gut. Ja. Das wird komplett zunichte gemacht in der nächsten Szene, wo Tommy selbstsicher auf der Brücke sitzt und sich eingrenzt. Also, die Kinder verhalten sich auch überhaupt nicht wie Kinder. Null. Die dürfen mal zwischendurch rumlaufen und na, 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 na sagen oder busy, busy, busy rufen. Aber ansonsten sind die null wie Kinder. Es sind Klischee-Kinder. Es sind von einem erwachsenen Menschen, der keine Kinder hat, geschriebene Kinder, glaube ich. Oder so. Genau so ist es, ja. Den Eindruck habe ich auch. Ja, und Kirk und Spock kommen ja jetzt auch auf die Brücke. Und plötzlich, an der Stelle, wir hatten ja vorhin die Theorie, vielleicht weiß Kirk gar nicht, dass es den Gorgon gibt. Aber jetzt will er ja, dass die Kinder den Gorgon herrufen. Ja. Jetzt ruft mal euren Freund. Kirk weiß auch, dass der Gorgon heißt. Oder dass das die Bezeichnung für dieses Wesen ist. Das wurde noch nie vorher gesagt. Richtig. Das stimmt. Oh, Simon, sehr gut hingeguckt. Das ist wahr. Da fehlt irgendwas. Die Folge ist einfach kaputt. Die Folge ist defekt. Ja. Müsste mal in die Werkstatt wieder. Ja, ich glaube auch. Ja. Jetzt hat er die geile Idee, dass die Kinder ihren Freund mal rufen. Und wenn der mir jetzt beweisen kann, dass er auch mein Freund ist, dann folge ich ihm überall hin. Aber man will ja manipulieren. Und die Kinder ahnen das auch schon und wollen den Gorgon jetzt gerade mal nicht rufen. Eben. Aber zum Glück hat man das vorher aufgenommen, wie die Kinder diesen Chant da gemacht haben. Und spielt es einfach ab. Und es funktioniert auch. Gorgon erscheint. Und wie ist dann der großartige Plan? Zuerst. Also man möchte die Kinder natürlich aus diesem Einfluss nehmen. Man möchte die Kinder wieder zurückholen in die Realität. Und dann verliert ja der Gorgon seine Kraft. Dann ist er ja gar nicht mehr da. Wenn man nicht an ihn glaubt. Oder wenn man ihn nicht unterstützt. Dann verschwindet er einfach. Löst sich in ein Wölkchen auf. Das ist der Plan. Das weiß Kök auch. Zuerst erfahren wir aber, dass Gorgon wirklich böse ist. Der ist richtig, richtig böse. Der schimpft auf Leute, die Compassion haben, die sich, ja, also auf die Guten. Der findet die Guten alle doof. Und die sind immer zu spät dran. Und die müssen alle vernichtet werden. Wieso folgen dem die Kinder immer noch? Ich weiß nicht, warum sie ihm von vornherein gefolgt sind. Ja. Das muss ja nur irgendeine Suggestion gewesen sein oder so. Man sieht auch nie, dass der denen irgendwie eine Belohnung gibt. Oder ihnen Strafe anruft. Das, was Spock am Anfang gesagt hat, das bekommen wir nie in irgendeiner Konsequenz dargestellt. Exakt. Also. Die Folge ist defekt, Simon. Die Folge ist defekt. Und diese Eltern, die auf dem Planeten leben, wo die herkommen, ja. Das müssen ja die schlimmsten Eltern sein, die man sich überhaupt vorstellen kann. Was sie ja nicht sind, was man später, was man gleich sehen wird, ja. Aber, dass die Kinder so einem dahergelaufenen Opa folgen, ja. Und das alles in Kauf nehmen. Ja. Die haben nichts davon. Stell dir vor, kommt ein Opa zu dir und sagt, komm mit mir mit. Wir vernichten hier alle, auch deine Eltern. Und gehen zu einem anderen Planeten, erobern den. Und dafür kriegst du ganz viele Freunde. Super. Ich gehe mit dir. Okay. Nein, ich gehe nicht mit dir. Dann nehme ich das natürlich zurück. Dann, ja stimmt, jetzt wo du es sagst. Die Welt braucht mehr Gorgons. What could possibly go wrong? Ja, aber der Plan ist halt, dass man den Kindern Aufnahmen zeigt. Aus ihrer Vergangenheit. Wie sie mit den Erwachsenen spielen. Fußball gespielt auf dem Planeten. Schön Super-8-Filme. Super-8-Filme. Haben auch dieselben Klamotten an, diese Schlafanzüge. Alles ist ganz toll. Alles super. Und ja, ich habe es hier in meinen Notizen. Wie konnte Gorgon die Kinder dermaßen aufhitzen? Warum will Gorgon die Welten erobern? Wieso ist der Gorgon-Darsteller so unglaublich schlecht? Das sind so die drei Fragen. Die drei zentralen Fragen dieser Folge. Genau. Ja, und dann sorgt man für ein tatsächliches Trauma bei den Kindern. Man schaltet nämlich diese herrlichen Szenen, wo man gemeinsam Spaß hatte, schaltet man um auf das Begräbnis. Die Leichen auch sogar, wie die da rumliegen. Die Leichen, das Grab, man sieht die Inschriften auf den Grabsteinen. Und ja, die Kinder fangen dann auch wirklich an zu weinen. Man sieht so mehrere Großaufnahmen von den Kindern, die plötzlich jetzt checken, mein Gott, what have you done? Und die dann anfangen zu weinen. Und ja, scheint zu funktionieren, der Plan. Ja, der Gorgon redet sich in Rage, will die Kinder immer noch zu seinen Generälen machen, was eine geile Aussage irgendwie ist. Kinder an die Macht. Vielleicht ist es Herbert Grönemeyer in Wirklichkeit, keine Ahnung. Kinder an die Macht ist übrigens eine ganz schlechte Idee, glaube ich. Kinder an die Macht haben wir in den USA und haben wir in der Türkei, aber genug von Politik. Und Gorgon ist ein sehr schwacher Bösewicht, denn jetzt, wo er keine Unterstützung mehr hat, vergeht er einfach. Der konnte jahrhundertelang alleine in dieser Höhle sitzen, ohne jegliche Unterstützung und es ging ihm gut. Und jetzt weinen die Kinder und er erschmilzt in Schmelzeffekten, die über Tische und Bänke gehen, Simon. Ja, also ich habe das erstmal für so einen Ausschlag gehalten. Aber ja, es sind so mehrere Stufen des Verfalls, die man da sieht. Also mehrere Maskenstadien, die man dem guten Anwalt da auf die Nase gepappt hat. Und ja, der wird immer ekelhafter und grotesker. Und es ist halt schon eigentlich eine harte Szene. Wenn dieses grüne Licht nicht wäre, würde man das ja wahrscheinlich noch viel deutlicher sehen. und hatte schon so ein bisschen Horroreffekt, wie der halt auseinanderfällt. Am Ende hat er eines seiner Augen auf der Wange hängen nur noch. Also das ist schon starker Tobak. Ja, man sieht es nicht so besonders gut, aber in HD dann eigentlich doch wieder ziemlich gut. Ja, schon. Und dann schreit er am Ende auch noch, ihr sollt alle sterben. Aber der Trick hat funktioniert, der Gorgon ist tot oder Gorgon oder Gorgon sein Name, keine Ahnung. Ja. Und die Kinder sind befreit und man kann endlich zu Starbase 4 und da die Kinder absitzen und anschließend zu neuen Abenteuern aufbrechen. Solos Messer verschwinden noch so schön, da kann er sich jetzt erstmal eine neue Unterbuchse anziehen, langsam mal. Und alle freuen sich, dass die Kinder jetzt endlich trauern. Ja, endlich können sie in Frieden trauern. Simon, ich habe Fragen an dich. Ja. Warum mussten die Erwachsenen auf Treyarchus sterben? Damit sie den Gorgon nicht die Tour vermasseln. Okay. Warum müssen dann nicht alle an Bord der Enterprise auch sterben? Weil irgendwer das Schiff nach Markus 12 fliegen muss. Okay. Was ist an Markus 12 so besonders? Warum will er da hin? Weil das der Planet ist, der am nächsten ist, wo Millionen Leute leben. Und der braucht ja ganz viele. Warum habe ich für Wolf in the Fold den Daumen runtergegeben damals? Und für The Alternative Factor? Jetzt wo ich das gesehen habe, möchte ich das revidieren. Es gibt schon echte Tiefpunkte. In jeder Serie haben wir die. Aber die sind ja auch dann die Ausnahme. Ich glaube, hätten wir einen Negative Award, hier wäre er angebracht. Sagen wir es mal so. Aber das ist ja nicht immer das Niveau. Nee, nee. Von daher. Besonders kacke. Wäre ein schöner Preis. Sebastian, ich freue mich so unfassbar auf dein Fazit. Ja. Wobei wir wahrscheinlich schon wahnsinnig viel vorweggenommen haben, was uns nicht gefällt. Aber möchtest du vielleicht in kurzen Sätzen zusammentragen, wie du diese Folge findest? Die Folge ist schwachsinnig, unzusammenhängend, unlogisch, hat einen fürchterlichen Bösewicht, der total schwach ist und eigentlich nichts richtig kann und noch nicht mal Schauspielern. Und es gibt auch überhaupt gar keine Message da drin. Star Trek transportiert eigentlich irgendwie doch noch mal jedes Mal eine Botschaft und sei sie auch noch so klein. Hier habe ich mich angestrengt und angestrengt und angestrengt und ich habe keine gefunden. Und es ist auch irgendwie verschenktes Potenzial. Denn was hätte das für eine geile Gruselfolge sein können? Man findet in einer Höhle einen uralten, bösen, manipulativen und gefallenen Engel. Und der bringt dann Kinder dazu, dass sie die Erwachsenen umbringen. Das finde ich schon wow. Stattdessen ist das weder stimmungsvoll, noch gruselig, noch logisch, noch irgendwas. Und nee. Also das war einfach Grütze. Grütze hoch sieben. Daumen nach unten. Aber sowas von. Was sagst du, Simon? Ich fange mal mit dem einzigen Positiven an, was ich so in der Folge gesehen habe. Das ist tatsächlich, dass sie relativ, also für mein Gefühl war sie relativ flott. Und auch zum Glück dann schnell zu Ende. Es hat sich nicht wahnsinnig lang gezogen, das Ganze. Vieles von dem, was du gesagt hast, kann ich unterstreichen. Also schwachsinnig, unlogisch. Es gibt auch überhaupt keine Entwicklung irgendwelcher Charaktere. Ja, der Titel ist auch Quatsch, weil hier führen ja keine Kinder, sondern eben dieses Wesen. Wahrscheinlich ist es irgendein Zitat oder so, aber trotzdem ist es unangebracht. Was mich sogar tatsächlich ärgert ist, wie dumm Kinder hier dargestellt werden. Kinder sind nicht so doof. Kinder sind nicht so doof. Ja, sie können traumatisiert sein. Ja, sie gehen vielleicht irgendwelchen Leuten leichter auf den Leim als Erwachsene. Aber sie sind nicht so dumm, so einem uncharismatischen Opa in grün zu folgen. Die Szenen, die hier witzig sind, sind unfreiwillig komisch. Also allen voran ein Schettner, der vielleicht ja auch diese schwachsinnige Handlung überkompensieren will durch ein leidenschaftliches Acting. Was aber auch überhaupt nicht funktioniert. Und dann ja auch, wie gesagt, ein Bösewicht, der halt von einem Darsteller gespielt wird, bei dem es wirklich auffällig ist, dass der nicht viel mit Schauspielerei am Hut hat. Obwohl ein Anwalt ist, der im Gericht steht und ja da auch irgendwie schauspielen muss vor irgendwelchen Jurys oder so. Aber das ist ja was anderes als so ein uraltes Wesen zu spielen. Und was mich auch ärgert ist, ja, irgendwo da hätte man eine coole Story erzählen können. Der Charakter ist ja grundsätzlich interessant, der Bösewicht, und da könnte man mehr draus machen. Aber auch das greift man hier nicht wirklich auf. Der hat ja überhaupt keine Facetten, der ist einfach nur böse und fies und was weiß ich. Und deswegen bleibt er einem auch nur aufgrund seiner Schwachsinnigkeit im Gedächtnis. Und deswegen geht für mich der Daumen auch nach unten. Und das ist tatsächlich eine der schlechtesten Star Trek Folgen, die ich je gesehen habe. Gehört zum Geschlechtesten. Lennart Nimoy ging zu Fred Freiberger und hat sich im Vorfeld über die Qualität des Drehbuchs beschwert. Und Fred Freiberger hat nur entgegnet, das was wir hier machen, das wird die Episode, die Miri hätte sein sollen. Miri war eine richtig gute Folge. Ja, schon. Der Mann hat nicht viel... Ei, 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 ei. Ich glaube auch, dass das so eine der Folgen ist, die dafür gesorgt haben, dass Kinderepisoden oder halt Folgen, wo Kinder im Zentrum der Handlung irgendwie stehen, bei Star Trek irgendwie stigmatisiert sind. Wo Leute gleich zusammenzucken und das nicht sehen wollen. Das hat das hier viel zu beigetragen. Und jetzt zum Abschluss möchte ich nochmal auf was eingehen, was ich vorhin schon erwähnt habe, wo du auch schon mal drauf angeteast hast. Es wird ja immer wieder gesagt, The Changeling, die Folge mit Nomad, ist irgendwie etwas, was abgekupfert würde beim ersten Film, Star Trek The Motion Picture. Und ich sage, die Parallelen zwischen dieser Folge und Star Trek The Final Frontier sind noch viel größer. Weil da hast du dieses Engels-gottähnliche Wesen, was auf irgendeinem Planeten festsitzt und da weggeflogen werden will. Und wie macht es das? Es nimmt sich irgendjemand willensschwaches, lässt sich an Bord der Enterprise bringen. Und dann werden alle Leute dort mit ihren Urängsten konfrontiert und somit schachmatt gesetzt. Ich habe mit diesen Sätzen exakt diese Folge beschrieben und ich habe exakt den fünften Kinofilm beschrieben. Und ich finde die Parallelen erschreckend. Und ich weiß auch nicht, wieso niemand, als das Skript zum fünften Kinofilm geschrieben wurde, gesagt hat, oh Gott, könnt ihr euch nicht daran erinnern, das war eine der fürchterlichsten Folgen, die wir gemacht haben für die Urserie. Und die ist so ziemlich genauso. Siehst du diese Parallelen auch oder bin ich da paranoid? Nee, nee, ich sehe diese Parallelen auch. Ich finde den fünften Kinofilm tatsächlich nicht so schlecht wie diese Folge. Nein, nein, das stimmt. Wir werden da ja nochmal in ferner Zukunft ausführlich drüber sprechen. Aber ja, also die Parallelen sind da. Das Wesen ist ein ähnliches. Und ich weiß nicht, ich verstehe einfach nicht, wenn es sogar dem Leonard Nimoy aufgefallen ist, als er das gelesen hat, dass man das halt trotzdem unbedingt durchgedrückt hat, kann ich nicht verstehen. Man hat doch sicherlich noch andere Skripts zur Auswahl gehabt. Aber na gut. Ja, ich würde sagen, es steht zwei zu zwei unentschieden. Die dritte Staffel hat zweimal gegen uns gewonnen und zweimal fanden wir es eigentlich schön. Ich möchte diesmal ein bisschen Buch führen bei unserem Endgegner. Sehr gut. Jetzt steht es unentschieden. Und ich finde auch die Qualitätsschere ist bisher echt krass. Also Spock's Brain und diese Folge hier haben den Daumen runter bekommen und die sind echt richtig schlecht. Und die Enterprise Incident und die Folge The Paradise Syndrome, die letzte Woche dran war, die waren doch relativ bis ziemlich gut. Und da liegen Welten dazwischen. Das ist wie ein Wechselbad der Gefühle, was die dritte Staffel mit einem macht bisher. In der Tat. Ich bin schon wahnsinnig auf nächste Woche gespannt, wie es da weitergeht. Ob das wieder zu den guten Folgen gehört oder zu den schlechten. Noch viel schlechter als das kann es nicht werden. Kann ich mir nicht vorstellen. Und ja, lieber Sebastian, in der nächsten Woche sprechen wir über... In der nächsten Woche sprechen wir über die fremde Materie. Ja. Und wir stellen uns die Frage auf Englisch. Is there in truth no beauty? Ja. Eine interessante Frage. Eine interessante Frage. Die wir dann hoffentlich beantworten. Ja, liebe Leute. Wir sind mal wieder am Ende angelangt. Einer Folge Trek am Dienstag. Heute war es eine durchaus anstrengende Folge. Ja, ich bin auch jetzt echt am Ende. Ja, das glaube ich dir. Ich bin auch fix und fertig. Wir würden uns natürlich über eure Kommentare freuen. Vielleicht seht ihr das ja völlig anders. Vielleicht ist auch irgendwas in dieser Folge verborgen, was wir beide irgendwie nicht checken oder nicht verstehen oder sonst was. Oder wollt ihr mit uns zusammen über diese Folge ablästern? Das könnt ihr gerne alles tun bei uns im Blog trekamdienstag.de in den Kommentaren zur jeweiligen Folge. Ihr könnt uns gerne auch eine Mail schreiben, einen Audiokommentar. Alles könnt ihr uns schicken. Ihr findet die Infos auf trekamdienstag.de. Ansonsten, ich habe es schon mal erwähnt. Wer uns gerne auf Spotify hören möchte, das ist jetzt möglich. Trek am Dienstag gibt es auch auf Spotify. Also wenn ihr da uns gerne in der Playlist haben wollt, könnt ihr das gerne tun. Ansonsten gibt es uns natürlich ganz normal über die Kanäle auf Apple, iTunes und sonst wo. Genau, sonst wo. Überall, wir sind überall für euch da und wir freuen uns auf Bewertungen. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Gebt uns Bewertungen. Macht uns, wenn es euch denn gefällt, dann schreibt uns bei iTunes eine kurze Bewertung oder auch sonst wo. Das würde uns sehr freuen. Auf Facebook zum Beispiel finden wir super. So ist es. Puh, Simon. Ich muss mir jetzt mal was essen. Ich muss jetzt wieder zu Kräften kommen. Was machst du heute Abend noch? Ich werde jetzt noch mit meiner Frau vielleicht irgendeinen Film gucken oder so und dann mich auch bitten, denn morgen ist wieder eine anstrengende Arbeitssache. Oh ja, ich mache morgen wirklich Brückentag. Es tut mir leid, dass ich das jetzt so sagen muss. Ich finde es völlig in Ordnung. Genieße es. Okay, danke dir. Und genießen ist das Stichwort. Genießt ihr auch die nächste Woche hoffentlich mehr, als wir diese Folge jetzt hier genossen haben. Und dann hören wir uns am Dienstag wieder. Macht's gut und bis dann. Bye, bye.